Gleich geht's weiter. Ein sehr weiser chinesischer Philosoph hat einmal gesagt, niemand weiß, was er damit gemeint hat. Fest steht nur, McDonald's hat jetzt wieder China-Wochen mit Chicken McNuggets Shanghai, würziger Kuh-Fu-Soße, köstlichen China-Röhrchen und knusprig panierten Schrimps mit milder Cocktail-Soße. Ja, ja, das wissen wir ja jetzt. Ich bin der Gild. Ich mache weiße Gatten schmutzig und trausch. Auch ihre. Dato Supra ist stärker als der Gild. Dato Supra mit dem doppelten Weißmacher. Revolution, Touch-Touch. Touchin. Studi-Line bringt. Touchin. Gel-Schaum-Spray. Stuh-Stuh. Gel-Fixiert. Touchin. Das verklebt nicht. Licht. Freiheit total. Mit den Fingern. Schaum. Volumen genial. Dein Haar. Dein Material. Touchin. Mit den Fingern kreativ, reif oder wild. Füß dich natürlich an. Spray, wie du willst. Touchin. Obgestalt, ob zerbüht. Einfach nach Gefühl. Mit den Fingern kriegst du Sinn. Touchin. Gleich erschnitt, neuer Look. Neu. Touchin. Studi-Line von L'Oreal. Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 5. Das neue Album. Nur auf Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Der neue Hit von Scooter. Und darauf habt ihr alle gewartet. Der Hit von Corden Direct aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Also, ab zum Händler. Unsere CD einsteuern. Und holt euch das Teil. CD und MC. Auf seiner Reise durch die Zeit erfüllt er die Prophezeiung, dass es nur einen geben kann. Highlander 3. Die Legende. Naschkatzen fängt man mit Knispitz. Knispitz, knusprig, leicht im Nusskornis. Neu von Ritter Sport. Ich möchte dir den Laden schicken. Wo hast du denn so viel Geld, um anderes Laden benutzen zu können? Aktiengeschäfte. Ich habe euch Glück gehabt. Doch nicht immer hat Patrick Glück. Ich kann plötzlich nicht mehr so richtig sehen. Patrick. Was ist mit Patricks Augen? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Heute 19.40 Uhr bei RTL. Wir haben für die Surprise Show nächsten Samstag wieder so tolle Wünsche bekommen. Ab in den Wilden Westen. In der Surprise Show ist alles möglich. Und ganz ohne Zauberei. Hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Einmal so fliegen wie ein Vogel. Unmöglich? Kein Problem für das Team der Surprise Show. Und dann wartet noch eine ganz besonders süße Überraschung. Freuen Sie sich auf Linda de Moll und die Surprise Show. Samstag, 20.15 Uhr bei RTL. Ich habe mich einfach bis... Ich habe mich einfach bis... Einmal so lange für mich. Ich habe mich nicht mehr so gesehen.